E A Po Productions liest Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. Zweiter Teil, die Sagen Trojas. Das hölzerne Pferd. Nachdem nun die Griechen lange erfolglos um Tore und Mauern von Troja gekämpft und der versuchte Sturm auf allen Seiten abgeschlagen worden war, rief der Seeer Kaichas eine Versammlung der vornehmsten Helden zusammen und redete so vor ihn. »Unterzieht euch nicht ferner den Mühseligkeiten eines gewaltsamen Kampfes, denn auf diesem Wege kommt ihr nicht zum Ziele. Besinnet euch vielmehr auf irgendeinen Anschlag, der euren Schiffen und euch selber zum Heile gereichen mag. Dann vernehmet, was ja ein Zeichen ich gestern geschaut habe. Ein Habicht jagte einem Täubchen nach, dieses aber schlüpfte in die Spalten eines Felsens hinein, um seinem Verfolger zu entgehen. Lange verweilte dieser Grimmig vor dem Felsenspalt, aber das Tierchen ging nicht heraus. Da verbarg sich der Raubvogel mit unterdrücktem Unmut ins nahe Gebüsch, und siehe da, jetzt schlüpfte das Täublein in seiner Torheit wieder heraus, der Habicht aber schießt auf das arme Tier nieder und erwürgt es ohne Erbarmen. »Lasst uns diesen Vogel zum Muster nehmen, und Roja nicht für damit Gewalt zu erobern bestrebt sein, sondern es einmal mit der List versuchen.« So sprach der Seher, aber keinen der Helden, obgleich sie hin und her sannen, wollte ein Mittel einfallen, wie dem grausamen Kriege ein Ziel gesetzt werden könnte. Der einzige Odysseus kam endlich durch die Verschmitztheit seines Geistes auf ein solches. »Wisstet was, ihr Freunde«, rief er, freudig bewegt durch den glücklichen Einfall, »lasset uns ein riesengroßes Pferd aus Holz zimmern, in dessen Versteck sich die edelsten Griechenhelden, so viele unserer sind, einschließen sollen.« Die übrigen Scharen mögen sich inzwischen mit dem Schiff nach der Insel Tenedos zurückziehen, hier im Lager aber alles Zurückgelassene verbrennen, damit die Trojaner, wenn sie dies vor ihren Mauern ausgewahr werden, sich sorglos wieder über das Feld verbreiten. Von uns Helden aber soll ein mutiger Mann, der keinem Troer bekannt ist, außerhalb des Rosses bleiben, sich als Flüchtling zu ihnen begeben und ihnen das Märchen vortragen, daß er sich der friefelhaften Gewalt der Achaia entzogen habe, welche ihm um ihre Rückkehr willen den Göttern als Opfer schlachten wollten. Er habe sich nämlich unter dem künstlichen Rosse, welches der Feindin der Trojaner, der Göttin Pallas Athene geweiht sei, versteckt und sei jetzt, nach der Abfahrt seiner Feinde, eben erst hervorgekrochen. Dies muß er den ihm Befragenden so lange zuversichtlich wiederholen, bis sie ihr Misstrauen überwunden haben und ihm zu glauben anfangen. Dann werden sie ihn als einen bemitleidenswerten Fremdling in ihre Stadt führen. Hier soll er darauf hinarbeiten, daß die Trojaner das felsene Pferd in die Mauern hineinziehen. Überlassen sie sich dann unsere Feinde sorglos dem Schlummer, so soll er uns ein zu verabredendes Zeichen geben, auf welches wir unseren Schlupfwinkel verlassen, den Freunden bei Tenedos mit einem lodernden Fackelbrander ein Signal geben und die Stadt mit Feuer und Schwert zerstören wollen. Als Odysseus ausgeredet priesen alle seinen erfinderischen Verstand und zumeist lobte ihn Kachas, der Seher, dessen Sinn der schlaue Held vollkommen getroffen hatte. Er machte auf günstige Vogelzeichen und zustimmende Donnerschläge des Zeus, die sich vom Himmel herabhören ließen aufmerksam und drängte die Griechen, sogleich zum Werke zu schreiten. Aber da erhob sich der Sohn des Achill unwillig in der Versammlung. »Kachas«, sprach er, »tapfere Männer pflegen, ihre Feinde in offener Feldschlaf zu bekämpfen. Mögen die Trojaner, das Treffen vermeidend, von ihren Türmen herab als Feige streiten, uns aber lasset nicht auf eine List sind oder auf irgendein anderes Mittel, außer offenem Kampfe. In diesem müssen wir beweisen, daß wir die besseren Männer sind.« So rief er, und Odysseus selbst mußte den hochsinnigen Jüngling bewundern. Doch erwiderte er ihm, »O du edles Kind eines ebenso furchtlosen Vaters, du hast dich ausgesprochen wie ein Held und wackerer Mann. Aber doch konnte dein Vater selbst, der Halbgott an Mut und Stärke, diese herrliche Feste nicht zerstören. Du siehst also wohl, daß Tapferkeit in der Welt nicht alles ausrichtet. Deswegen beschwöre ich euch, ihr Helden, daß ihr den Rat des Kaichas befolget und meinen Vorschlag ohne Säumen ins Werk setzet.« Alle anderen Helden gaben dem Sohne des Laertes Beifall. Nur Philokdet stellte sich auf die Seite des Neoptolemos, denn er lächzte noch immer nach Kampf und Schlachtgetümmel, und sein Heldenherz war noch nicht gesättigt. Am Ende hatten die beiden auch den Rat der Danal zu sich herübergezogen. Aber Zeus bewegte den ganzen Luftkreis, schleuderte Blitz auf Blitz unter krachendem Donner zu den Füßen der widerstrebenden Helden herab und gab so hinlänglich zu verstehen, daß sein Wille sich mit den Vorschlägen des Seers und des Laertiaden vereinige. So verloren die beiden Helden den Mut, sich länger zu widersetzen, und gehorchten, obgleich mit innerlichem Widerwillen. Nun kehrten alle miteinander zu den Schiffen zurück, und ehe er ans Werk gegangen wurde, überließen sich die Helden dem wohltätigen Schlafe. Da stellte sich um Mitternacht im Traume Athene an das Haupt des griechischen Helden Iperios, und trug ihm als einen kunstreichen Mann auf, das mächtige Roß aus Balken zu zimmern, indem sie selbst ihm ihren Beistand zur schnelleren Vollendung des Werkes versprach. Der Held hatte die Göttin erkannt und sprang freudig vom Schlafe auf. Alle Gedanken wichen in seinem Geiste dem einen Auftrag, und der Geist seiner Kunst bewählte ihm die Seele. Mit Tagesanbruch erzählte er die Göttererscheinung in der Mitte alles Volkes, und nun schickten die Athriden in aller Eile in die waldreichen Täler des Idargebirges und ließen daselbst die hochstämmigsten Tammen fällen. Diese wurden eilig zum Hellespontin abgetragen, und viele Jünglinge gingen ans Werk und halfen dem Iperios. Die einen zersäckten die Balken, die anderen hieben die Äste von den noch unzersäckten Stämmen, wieder andere taten anderes. Iperios aber zimmerte zuerst die Füße des Pferdes, dann den Bauch. Über diesen fügte er den gewölbten Rücken, hinten die Weichen, vorne den Hals. Über ihr formte er zierlich die Mähne, die sich flatternd zu bewegen schien. Kopf und Schweif wurden reichlich mit Haaren versehen, aufgerichtete Ohren an den Pferdekopf gesetzt und gläserne leuchtende Augen unter der Stirne angebracht. Kurz, es fehlte nichts, was an einem lebendigen Pferde sich regte und bewegt. So vollendete er mit Athenes Hilfe das Werk in dreien Tagen, und das ganze Heer überwunderte die Schöpfung des Künstlers, so ausdrucksvoll hatte er Leben und Bewegung nachzubilden gewußt. Man meinte jeden Augenblick, jetzt werde das Riesenpferd zu wieren anfangen. Iperios aber hob die Hände gen Himmel und betete vor allem Heere, »Mächtige Pallas, erhöre mich, rette dein Pferd und mich selbst, hohe Göttin!« Und alle Griechen stimmten in dieses Gebet ein. Die Trojaner waren in der Zwischenzeit vom letzten Kampfe an scheu hinter ihren Mauern geblieben. Um so lauter tobte der Zwiespalt unter den Göttern, selbst jetzt, wo Trojas Verhängnis erfüllt werden sollte. Sie fuhren in zwei getrennten Haufen, der eine den Griechen günstig, der andere ihnen abhold, auf die Erde herunter und stellten sich am Flusse Xanthos, den Sterblichen unsichtbar, in zwei Schlachtordnungen gegeneinander auf. Auch die Meeresgottheiten schlossen sich der einen oder anderen Seite an. Die Nereiden hielten es, als Verwandte des Achill, mit den Griechen. Andere Meergötter waren auf der Seite Trojas, und diese empörten die Flut gegen die Schiffe und trieben sie an Land gegen das tückische Roß. Sie hätten beide zerstört, wenn das Schicksal es gestattet hätte. Unter den oberen Göttern begann indessen der Streit, und Ares stürzte der Athene zum Kampfe entgegen. Damit war das Zeichen der allgemeinen Schlacht gegeben, und die Götter warfen sich gegenseitig aufeinander. Bei jeder Bewegung klirrten die goldenen Rüstungen, und das Meer rauschte in seinen Wogen darein. Unter den Füßen der Unsterblichen bebte die Erde, und alle schrien laut zusammen, so daß der Schlachtruf der Götter bis zur Unterwelt hinabdrang, und die Titanen im Tartaros davor erbebten. Es hatten aber die Himmlischen sich zum Kampfe eine Zeit ersehen, wo Zeus, der Vater der Götter und Menschen, fern auf einer Reise an den Ozeanen begriffen war, wohin die Regierung der Erde ihn gerufen. Doch seinem scharfsichtigen Geiste entging auch aus der Ferne nichts von dem, was auf der Oberfläche des Erdbodens sich ereignete. Und so wurde er kaum den Götterkampfe inne, als er schnell von der Flut des Ozeans mit seinen geflügelten Windrossen auf dem Donnerwagen, der in Iris leitete, in den Olymp zurückkehrte und von dort aus seine Blitze unter die kämpfenden Götter warf. Da erbebten die Unsterblichen und hielten inne mit Kämpfen. Themis, die Göttin des Rechts, die allein dem Streite ferngeblieben war, trat ein unter die Götter und schied sie voneinander, indem sie ihnen verkündigte, daß Zeus die gänzliche Vernichtung der Himmlischen beschlossen hätte, wofern sie nicht gehorchten. Jetzt ward den Göttern bange für ihre Unsterblichkeit. Sie unterdrückten die Erbitterung ihrer Herzen und kehrten zurück aus dem Kampfe, die einen zum Olymp, die anderen in die Tiefe des Meeres. Das Pferd im griechischen Lager war indessen in vollkommene Bereitschaft gesetzt, und Odysseus erhob sich in der Versammlung der Helden. »Jetzt gilt es«, sprach er, »ihr Führer des Danaer-Volkes. Jetzt beweise es, wer wirklich durch Kraft und Mut hervorragt. Denn jetzt ist's Zeit in dem Bauche des Rosses, der uns beherbergen wird, der dunklen Zukunft entgegenzugehen. Glaubet mir, es gehört mehr Mut dazu, in diesem Schlupfwinkel zu kriechen, als dem Tode in offener Feldschlacht zu trotzen. Darum, wer sich am tapfersten fühlt, der entschließe sich zu diesem Waagestück. Die anderen mögen vorerst nach Tenidos schiffen. Ein wackerer Jüngling aber bleibe in der Nähe des Pferdes und tue, wie ich geraten habe. Wer will sich diesem Auftrag unterziehen?« Die Helden zögerten. Da trat ein tapferer Grieche namens Sinon auf und sprach, »Sie hält mich bereit, das verlangte Werk zu tun. Mögen mich die Trojaner mißhandeln, mögen sie mich lebendig ins Feuer werfen. Mein Entschluß steht fest.« Die Völker jubelten ihm Beifall zu, und mancher alte Held sprach bei sich im Herzen, »Wer ist doch dieser junge Mensch? Wir haben seinen Namen nie gehört, noch keine tapfere Tat hat ihn ausgezeichnet. Ihn treibt gewissen Dämon, entweder den Trojanern oder uns selbst verderben zu bringen.« Nestor aber erhob sich und sprach ermunternd zu den Danaren, »Jetzt, liebe Kinder, bedarf es wackeren Mutes, denn jetzt legen die Götter das Ziel zehnjähriger Mühseligkeiten in unsere Hände. Drum rasch hinein in den Bauch des Pferdes. Ich selbst fühle noch die jugendliche Kraft in meinem Kreisengliedern, von der ich beseelt war, als ich mit Jason, das Argonautenschiff, bescheiden wollte und es auch bestiegen hätte, wenn ich nicht von dem Könige Pelias abgehalten worden wäre.« So rief der Greis und wollte sich vor allen anderen durch die geöffnete Seitentüre in den Bauch des hölzernen Rosses schwingen. Aber Neoptolemos, der Sohn des Achill, beschwor ihn, diese Ehre ihm, dem Jüngling, abzutreten und, seines greisten Alters eingedenk, die Führung der übrigen Griechen nach der Insel Tenedos zu übernehmen. Mit Mühe ließ sich Nestor überreden, und nun stieg der Jüngling in voller Rüstung zuerst in die geräumige Höhle. An ihn schlossen sich Menelaos, Diomedes, Stellinos und Odysseus, dann Philoctet, Ajax, Idomeneos, Meriones, Potalaerios, Rimachos, Antimachos, Agapenor und so viele sonst noch der Bauch des Rosses fassen mochte. Zuletzt stieg der Verfertiger des Rosses, Epeios, selbst hinein. Dann zog er die Leitern zu sich in die Höhlung, verschloss dieselbe von innen fest und setzte sich vor den Riegel. Die übrigen harten im Bauche des Rosses in tiefem Schweigen und saßen in dunkler Nacht zwischen Tod und Sieg. Die anderen Griechen aber, nachdem sie die Zelte und alles Lagergeräte in Brand gesteckt hatten, brachen, von Agamemnon, dem Völkerfürsten und dem Könige Nestor befehligt, mit den Schiffen auf und segelten der Insel Tenedos zu. So war es von den Dananen bestimmt worden, welche den beiden Helden nicht gestattet hatten, sich dem Pferde anzuvertrauen, dem ersten um seine Würde, dem anderen um seines Alters willen. Vor Tenedos warfen sie die Anke aus, stiegen ans Land und sahen mit sehenden Herzen dem Feuerzeichen entgegen. Die Trojaner bemerkten es bald, wie am helles Band der Rauch in die Lüfte emporwirbelte, und als sie von den Mauern aufmerksamer nach dem Gestade hinabspähten, waren auch die Schiffe der Griechen verschwunden. Voll Freuden strömten sie in Scharen dem Ufer zu. Doch vergaßen sie nicht, sich in ihre Rüstungen zu hüllen, denn sie waren der Furcht noch nicht ganz los. Als sie nun auf der Stelle des alten feindlichen Lagers das glatte, hölzerne Pferd gewahr wurden, stellten sie sich staunend rings um dasselbe her, denn es war ein gar gewaltiges Werk. Während sie noch darüber stritten, was mit dem seltsamen Wunderding anzufangen sei, und die einen der Meinung waren, es in die Stadt zu schaffen und das Siegesdenkmal für alle Zukunft auf der Burg aufzustellen, die anderen das unheimliche Gastgeschenk der Griechen in die See zu werfen oder zu verbrennen rieten, eine Beratung, welche die im Bauche des Pferdes eingeschlossenen griechischen Helden zu ihrer Qual anhören mußten, da trat mit einigen Schritten der Okon, der trojanische Priester des Apollo, in die Mitte des gaffenden Volkes und rief schon von Weitem, »Unsinnige Mitbürger, welcher Wahnsinn treibt euch! Meint ihr, die Griechen seien wirklich davongeschifft, oder eine Gabe der Danae verberge keinen Betrug? Kenne dir den und ihr soll's so? Entweder ist irgendeine Gefahr in dem Rosse verborgen, oder es ist eine Kriegsmaschine, die von in der Nähe lauernden Feinden gegen unsere Stadt angetrieben werden wird. Was es aber auch sein mag, trauert ihm Tiere nicht.« Mit diesen Worten stieße eine mächtige eiserne Lanze, die er einem neben ihm stehenden Krieger entriß, in den Bauch der Maschine. Der Speer zitterte im Holz und aus der Tiefe tönte ein Widerhall wie aus einer Kellerhöhle. Aber der Geist der Trojaner blieb verblendet. Während dies vorging, zogen einige Hirten, welche die Neugierde dicht an das hölzerne Pferd herangelockt hatte, unter dem Bauche desselben den schlauen Sinon hervor und schleppten ihn als einen gefangenen Griechen vor den König Priamos, und bald sammelte sich das trojanische Kriegsvolk, das bisher um das Pferd herumgestanden hatte, um dieses neue Schauspiel. Er aber, waffenlos und zagend, spielte die Rolle, die ihm von Odysseus aufgegeben war. Flehen streckte er die Arme gen Himmel und dann wieder nach den Umstehenden aus und rief unter Schluchzen »Hieh mir, welchem Lande, welchem Meere soll ich mich anvertrauen, ich, den die Griechen ausgestoßen haben und die Trojaner niedermetzeln werden?« Diese Seufzer rührten die Jünglinge selbst, die ihn anfangs als einen Feind gepackt und roh behandelt hatten. Alle Krieger traten teilnehmend dazu und hießen ihnen sagen, wer und woher er sei, auch guten Mutes sein, wenn er nichts Feindliches im Schilde führe. Jener ließ die erheuchelte Furcht endlich fahren und sprach »Ich bin ein Agiva, das will ich ja gar nicht leugnen, wenn Sino noch unglücklich ist, so soll er doch nicht zum Lügner werden. Vielleicht habt ihr etwas von dem euböischen Fürsten Palamedes gehört, der von den Griechen auf Odysseus' Anstiften abscheulicherweise gesteinigt wurde, weil er den Feldzug gegen Eure Stadt mißriet. Als ein Verwandter zog ich in diesen Krieg, arm und nach seinem Tode ohne Stütze, und weil ich es wagte, mit Rache für die Ermordung meines Vaters zu drohen, zog ich den Hass des falschen Laie Tiaden auf mich und wurde diesen ganzen Krieg über von ihm geplagt. Auch ruhte er nicht, bis er mit seinem lügnerischen Seher Kreichers meinen Untergang verabredet hatte. Als nämlich meine Landsleute die oft beschlossene und wieder aufgeschobene Flucht endlich ins Werk setzten und dieses hölzerne Pferd hier schon aufgezimmert stand, schickten sie dem Eurypulos zu einem Orakel des Apollo, weil sie am Himmel bedenkliche Wunderzeichen beobachtet hatten. Dieser brachte aus dem Heiligtum des Gottes den traurigen Spruch mit »Ihr habt bei eurem Auszuge die empörten Winde mit dem Blut einer Jungfrau versöhnt. Mit Blut müßt ihr auch den Rückweg erkaufen und eine Griechenseele opfern.« Dem Kriegsfolge lief ein kalter Schauder über die Gebeine, als sie dieses hörte. Da zog Odysseus den Propheten Kreichers mit großem Lärm in die Volksversammlung und bat ihm, den Willen der Götter zu offenbaren. Fünf Tage lang schwieg der Betrüger und weigerte sich heuchlerisch, einen Griechen für den Tod zu bezeichnen. »Endlich, wie gezwungen durch das Geschrei des Odysseus, nennt er meinen Namen!« Alle stimmten ihm bei, denn jeder war froh, das Verderben von seinem eigenen Hauptabgewendet zu sehen. Und schon war der Schreckenstag erschienen, ich wurde zum Opfer ausgeschmückt, mein Haupt mit dem heiligen Binden umwunden, der Altar und das geschrotene Korn in Bereitschaft gehalten. Da zerriß ich meine Bande, entfloh und versteckte mich, bis sie abgesegelt waren, im Schilfrohr eines nahen Sumpfes. Dann kroch ich hervor und suchte ein Obdach unter dem Bauch ihres heiligen Rosses. »In mein Vaterland und zu meinen Landsleuten kann ich nicht zurückkehren. Ich bin in eurer Hand, und von euch hängt es ab, ob ihr mir großmütig das Leben schenken oder mir den Tod geben wollt, der mich von der Hand meiner eigenen Volksgenossen bedroht hat.« Die Trojaner waren gerührt. Priamos sprach gütige Worte zu dem Heuchler, hieß ihn die argen Griechen vergessen und versprach ihm eine Zufluchtsstätte in seiner Stadt, wenn er ihnen nur offenbaren wolle, was für eine Beschaffenheit es mit dem hölzernen Rosse habe, dem er soeben den Beinamen eines Heiligen gegeben. Sinon hob seine der Fesseln entledigten Hände gen Himmel und betete mit trügerischer Andacht. »Ihr Götter, denen ich schon geweiht war, du Altar und du verfluchtes Schwert, das mich bedrohte, ihr seid mir Zeugen, daß die Bande, die mich an mein Volk bisher knüpften, zerrissen sind und daß ich nicht frefle, wenn ich ihre Geheimnisse aufdecke.« Von jeher war alle Hoffnung der Danar in diesem Kriege auf die Hilfe der Göttin Pallas Athene gebaut. Seitdem aber aus dem Tempel, dem sie bei euch zu Troja hat, ihr Bild, das Palladion, entwendet worden, und zwar, was ihr Trojaner wohl zum ersten Mal erfahret, durch die Hände schlauer Griechen, gingen alles rückwärts, die Göttin war erzürnt, und das Glück hatte die Waffen der Danar verlassen. Da erklärte Calchas, der Seher, auf der Stelle müßte man mit den Schiffen umkehren, um im Vaterlande selbst neue Befehle der Götter einzuholen. Ehe das Palladion an seine Stelle zurückgebracht sei, dürften sie auf keinen glücklichen Ausgang des Feldzuges hoffen. Dies bewog die Danar, die Flucht zu verschließen, welche sie nun auch wirklich ausgeführt haben. Zuvor aber bauten sie noch, auf den Rat ihres Propheten, dieses hölzerne Riesenpferd, das sie als Weihgeschenk für die beleidigte Göttin zurückließen, um ihren Zorn zu versöhnen. Diese Maschine ließ Calchas so unermesslich in die Höhe bauen, wie ihr seht, damit ihr Trojaner sie nicht durch eure Tore führen und in eure Stadt bringen könntet, weil auf diese Weise der Schutz der Athener euch zuteil werden würde. Wenn hingegen eure Hand sich an dem geheiligten Pferd als einem Überbleibsel eurer Feinden vergriffe, dies war es, was sie zu hoffen wagten, dann wäre eurer und eurer Stadt verderben gewiß. Und in dieser Zuversicht gedenken sie in kurzer Frist, sobald sie zum Argos die Götterbefehle vernommen, zurückzukehren und hoffen, das Palladion der Götter eurer eroberten Stadt zurückgeben zu können. Das Lügengewebe war so wahrscheinlich ersonnen, daß Priamos und alle Trojaner dem Betrüger Glauben schenkten. Athene aber wachte über das Geschick ihrer Freunde, die in dem Rosse noch immer in banger Erwartung eingeschlossen saßen und seit der Warnung des Laokorn in beständiger Todesangst schwebten. Die Helden wurden aus dieser Gefahr durch ein entsetzliches Wunder befreit. Eben jener Laokorn, der Priester des Apollos, hatte nach dem Tode des Poseidonpriesters auch diese Würde, die es los erhalten, und opferte jetzt gerade am Meeresgestade dem Gott einen stattlichen Stier am Altare. Siehe, da kamen von der Insel Tenedos aus, durch die spiegelglatte Meerflut, zwei ungeheure Schlangen gerudert und nahmen ihren Weg nach dem Ufer. Ihre Brust und die blutrote Mähne ragten aus dem Wasser hervor. Der übrige Teil ihrer Leiber ringelte sich unter den Fluten fort. Die See plätscherte unter ihrer Spur, und jetzt waren sie am Lande, züngelten und zischten und sahen sich mit feurigen Augen um. Die Trojaner, die noch immer in Menge um das Ross herum standen, wurden totenblaß und ergriffen die Flucht. Die Tiere aber nahmen ihre Richtung nach dem Uferaltare des Meeresgottes, wo Laokorn mit seinen zwei jungen Söhnen beim Opfer beschäftigt war. Zuerst wandten sie sich um die Leiber der beiden Knaben und bohrten ihren giftigen Zahn in ihr zartes Fleisch. Als die Verwundeten laut aufschrien und der Vater selbst ihnen mit gezogenem Schwerte zu Hilfe kommen wollte, schlangen sie sich mit mächtigen Windungen auch diesem zweifach um den Leib und überragten ihn bald mit ihren aufgerichteten Hälsen und zischenden Häuptern. Seine Priesterbinde troff vor Eiter und Gift. Vergebens bestrebte er sich, die Schlingen mit seinen Händen loszumachen, und inzwischen entfloh der schon getroffene Stier blutig und brüllend vom Altar und schüttelte das Beil aus dem Nacken. Laokorn erlag mit seinen beiden Kindern den Schlangenbissen, und nun schlüpften die Tiere in langen Krümmungen dem hochragenden Tempel der Athene zu und bargen sich dort unter den Füßen und dem Schilde der Göttin. Das Trojanervolk sah in diesem grässlichen Ereignis eine Bestrafung der frevelhaften Zweifel seines Priesters. Ein Teil eilte der Stadt zu und riß die Mauer nieder, um dem unheilvollen Gasse den Weg zu bahnen. Ein anderer fügte Räder an die Füße des Hosses, wieder andere drehten gewaltige Seile aus dem Werk und warfen sie dem hölzernen Riesentiere um den Hals. Dann zogen sie es im Triumphe nach der Stadt. Knaben und Mädchen, die Hand an die Seile gelegt, sangen in Chören feierliche Hymnen dazu. Als die Maschine über die erhöhten Torschwellen rollte, stockte viermal ihr Lauf, und viermal dröhnte ihr Bauch wie vom Erze. Aber die Trojaner waren mit Blindheit geschlagen und führten das ungeheuer Jubeln auf ihre heilige Burg. Mitten unter der Raserei der öffentlichen Freude blieb nur das Gemüt und der Geistesblick der Seherin Kassandra, der gottbegrabten Königstochter des Trojanischen Hauses, ungetrübt. Nie sprach sie einen Mord aus, das nicht erfüllt worden wäre. Aber sie hatte das Unglück, niemals Glauben zu finden. So hatte sie auch jetzt unheilvolle Zeichen am Himmel und in der Natur beobachtet und stürzte mit flatternden Haaren, vom Geiste der Weissagung getrieben, aus dem Königspalast hervor. Ihre Augen starrten in fieberischer Glut, ihr Nacken wiegte sich hin und her wie ein Zweig im Windhaucher. Sie holte einen tiefen Seufzer aus der Brust herauf und rief durch die Gassen der Stadt, »Mir Elenden! Seht ihr nicht, daß wir die Straßen zum Hades hinunterwandeln, daß wir am Rande des Verderbens stehen? Ich schaue die Stadt mit Feuer und Blut erfüllt, ich sehe es aus dem Bauche des Rostes hervorwallen, das ihr mit Jauchzen auf unsere Burg hinaufgeführt habt. Doch ihr glaubet mir nicht, und wenn ich unzählige Worte spreche, ihr seid den Irinien geweiht, die Rache an euch nehmen werden wegen Helenas fräfelhafter Ehe.« Wirklich wurde die weissagende Jungfrau nur verlacht oder geschmäht, und hier und da sprach einer der Begegneten zu ihr, »Hat dich denn die jungfräuliche Scham ganz verlassen, Kassandra? Bist du ganz irre geworden in deinem Geiste, daß du dich öffentlich auf den Straßen herumtreiben magst, und nicht siehst, wie die Menschen dich verachten, törichte Schwätzerin? Kehre zurück in dein Haus, daß dich nichts Schlimmes treffe!« E.A.P.U.D.U.D.U.D.U.D.U.D.U.D. E.A.P.U.D.U.D.U.D.U.D.s. Vielen Dank.